Und es geht weiter hier, bei einer kleinen Runde. Taka-taka. 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 Wuh. Swayze. Läuft. Starker Typ. Geil, das ist klein. Und, Illy. Geil. Super geil. Ah. Ich habe halt gar keine Chat-Emojis. Also die Standard-Dinger. Reigeschaltet. Warte mal, ich habe Pikachu. Warum habe ich Pikachu? Keine Ahnung. Ohne. Ohne Zuhörfe trocken. Ohne. Okay. Das wird so schön. Ja, weil eine Rüstung, die gibt mir plus vier zusätzlichen Magie-Schaden. Let's shot. Was soll ich jetzt? Okay, ist egal, ob ich lang oder kurz ziehe. Ehen, die sich an. Also. Aber nur Headshot. Mama Mia. Hast du Birk mit 15% mehr Schaden? Here we go again. Ich bring mir heute noch Level 20. Ja. 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 Okay. Oh, kranker, brutaler Raum direkt. Okay. Ohje, ohje. Was ist der mit der Anhöhe? Oh, da kommen direkt... Ah, nee. Da kommen direkt zwei Kasse Gegner. Schaff mal das. Nee. Oh shit. Oh. Hey, ich muss anfangen. Oh. Lass mich durch. Oh mein Gott. Nee, Bogenschütze. Alter, mach mir jetzt mal ein Triple-Shot. Oh. Oh, fast in Rogue geschossen, Alter. Fast in Rogue geschossen. Schützt er nicht nochmal? Tot, tot. Geil. Oh. So kann ich verkaufen. Ah. Falt. Ach guck mal, ich habe hier einen geilen Dolch für dich. Ein Dolch? Für mich? Nee, für einen Token. Wundert. Das hat mich schon 45 Gold gekostet. Äh, aber was? Hier ist eine goldene Kiste. Da ist eine goldene Kiste. Ich kann ja wieder alles öffnen. Richtig öffnen? Na ja, Schurke kann ich. Die andere? Auch das Schurke? Nein, eine Schurke. Einmal ein Bogenschützer. Die Doppel-Pull-Action. Bogenschützer ganz hinten. Okay, komm mal. Ey, sorry. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst mit Doppel-Pull-Action. Ich bin ja so gut in solchen Fachbegriffen. Doppel-Pull-Action. Ich habe immer wieder Mops geholt. Ach so, du meinst quasi, dass wir jetzt am Anfang... Naja, bitte. Boah, ich brenne. Oh, jetzt ist ein super Bogen drin. Long Bogen mit 44 Schaden. Komme. Ja, Manu kennt sich da eher mit solchen Dingen aus, wo man sofort verstehen muss. Ich bin dann manchmal eine lange Leitung. Lange Leitung, jetzt wird es schießen. Double X liegt hier und ein Double X. Ah, eine Double Bogen. Der Bogen, der ist hier bei dem, oder was? Ne. Ich habe ihn hingelegt, ja. Mal kommen. Bitte. Ja. Nice, danke. Ja, 57 Schaden. Oh, der gibt es viel Stärke. Meiner ist besser. 57 Schaden, das ist schon nice. Was war denn jetzt in der goldenen Scheiße drin? Ach so, ne. Warte, die Axt drin, aber. Ist nicht voll in der Mitte, ne? Die können überall Dinge unter. Ringe und Amulette werden, gell? Oh, Gegner, Gegner. Richtige Gegner. Wo? Komm, ne? Vorsicht. Ja, ich seh's, ich seh's. Das sind, das sind zwei Teams. Das sind zwei Teams. Weg, weg, weg. Die schlachten sich selber erst mal. Der Barb ist tot. Hier ist noch ein anderes Team, das sind zwei Teams. Nein. Gut. Einen hab ich. Ich hab einen von einem anderen Team. Der Cleric lebt, der Cleric lebt. Alter, der war nicht gehabt. Ach jo. Komme. Headshot. Ja. Yes, Alter. Okay, der degradierer. Okay, jetzt hab ich's aufgecheckt. Oh, wie fein ich den gerade geheadshotet hab, Alter. Das war ja mal richtig angenehm. Oh, wie geil das gerade war. Ey, super, Leute. Leute, das war gerade ein richtig gutes Teamplay. Ich hab zwar überhaupt nur durchgesehen, aber es hat sich richtig geil angefühlt. Boah, der hat auch einen guten Bogen. Wir rocken hier alles. Feuer, 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 Feuer. Er macht Feuer. Feuer? Ja, hier. Ja, ja, okay, 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 okay. Feuer. Feuer steht. Ah, da steht schon. Du hast eher gecheckt, dass er Feuer macht. Boah, Leute, das war ja ein richtig geiles Teamplay gerade. Ich hab' den Chat gelesen. Feuer euch. Ich hab' auch noch ein Feuer übrig, oder? Ne, hab' ich nicht. Hab' kein Feuer übrig. Okay, Advanced. Gut. Was sind denn hier alles? Putzen. Ich hab' auch Handschuhe, ja. Ich hab' noch ein paar geile. Okay, guck' ich mal rum. Einen. Boah, wie wir alle die weggeschnitzt haben. Jeder hat gerade übelst gut gespielt. Oh, ich ne plus drei physische Bälle. Jeder. Alle waren Sieger. Jetzt müssen wir bloß noch ein Portal finden und dann sind wir einfach mega erfolgreich. Wir sind noch Batonen, ne? An der Seite. Oh, ja, nach Gold. Oh, Pen. Oh, in, ah, gut, das bringt nichts. Fighter und Cleric. Geiler Streitkollen. Bandage, nice. Hier, ähm. Hätt' noch ne Bandage für. Ne, du hast ne Haltring, selber, gut. Zumal ne Zone, ja, ne? Ja. Können halt jetzt immer noch Gegner kommen, massiv. Oh, ist noch ne Kiste. Oh, ne Mütze für mich. Ah, minimal besser, aber okay. Can't move now. Schade, dass man keine Epics finden kann. Wo hab' ich die immer noch da? Hunting Trap, glaub ich, du mal. Ah, die für die Kisten. Okay, jetzt müssen wir uns bewegen, um in die nächste Zone hinanzukommen. Okay. Alter, zieh dir mal ne... Soll ich die Bandage geben? Ne, ich hab' ich nehm' eine. Gut. Ich würde dir mal ne Falle geben. Okay. Aber ein bissl besser, ja. Ja, muss er's verbinden. So, jetzt so. Danke. Ah. Ich hab' gerade irgendwie ein komisches ein Bug, ja. Bären. Das ist ein Gegner, glaub' ich. Wer? Hmhm. Ah, ne, noch ne. Ne, keine. Skelett hat sich nur so komisch bewegt. Oh, sorry. Ach, hier ist ein Gegner. Komm, ey. Der hat gar nichts, hä. Hä? Ist das ein Lacker? Warte mal. Pass auf, das ist ein Cheater. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, oder? Ja, ja, da ist noch einer. Sind zwei? Zwei ohne nix. Das ist total komisch. Hä? Hä, ist jetzt in der Tod von dem? Ne, bei der Drohe, bei der Gold. Ja, aber wo ist eine andere? Hä? Hast du lange überleben, ne? Ist das ne Quest oder so? Okay, ich bin einfach auch zu dumm zum Treffen. Na gut, er betet, ja. Ebenmal gehintet? Oh, ne. Keine Ahnung. Mach auf. Ist hinten gestorben. Gut. Hat sich grad'n geheimen Raum geöffnet. Und ich bin mir nicht sicher, ob's ein Gegner wurde. Ja, da kommt einer. Da kommt einer. Scheiße. Ach. Brauchst du dich spielen, ja? Ne. Irgendwas schießt. Oh, ne. Oh, ne. Ich hab's ihm. Der Bogenschütze, der Skelettbogenschütze. Ja. In der Mitte dort. Boah. Ist gerade relativ viel. Nein. Okay, ich bin tot. Ne, bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Du bist nicht tot. Auf, auf, auf. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab das Team. Neh mir Shrine of Protection. Neh mir Shrine of Protection. Boah. Na klar. Rogue muss uns beschützen. Oh, ne, du bist tot. Kannst du ja wissen, ob du meine Axt erheben kannst? Versuch's, ich versuch's. Oh, fuck ey. Versuch's. Na ja. Hab ich Platz? Ja, Platz hab ich. Das ist zwar am wertvollsten. Ah, Leck! Hier. Hier, hab's. Gut. Fuck, das ist ein Geheimraum. Ne, das ist ein Portal. Ne, das ist noch ein Höllenportal. Schießt auch noch auf dich. Ja, da ist gleich ein Bogenschützer. Oh, jaja, da sind sie. Ah, ne, ja. Ein anderer Team. Ah. Oh, ja. Greif mal an. Nein! Ey, ich muss nicht verpissen. Ist ja nicht irgendwie ein Portal. Geht in die Hölle notfalls. Ja, mach, kannst du aufmachen, Degradierer. Das ist halt zwar scheiße, aber... Ich bin drin. Deine Axt hab ich. Die ist nice. Ja, ja, geil. Aber ja, das müssen wir jetzt irgendwie überleben. Ich meine, wie soll das gehen? Da kann halt auch keine Spinne kommen und nix. Die Frage, ob jetzt... Hast du noch Heal? Ich habe sich halt geküsst. Prepare to enter the floor. Ne, okay. Sieht man das eigentlich auch hier an... Ne, sieht man auch nicht. Ich bin hier noch mitgekommen. Okay. Alter, ich hoffe, jetzt kommen hier nicht sofort 1000 Gegner. Dann kann der richtige Gegner auch kommen. Echt? Können wir nicht einfach hier so stehen bleiben? Okay, die Positioning ist gut. Oh, ein Höllenhund. Echt? Na eben. Pull dann mal rüber. Naja. Ich pull mal ein Höllenhund. Pull. Kommt so hoch. Oh Gott. Nice. Nice. Gibt's gemacht? Gibt's gemacht. Boah. Das ist ja die kleinen Insektenmode heute. Das ist ja Schrein of Protection, aber kann ich gar nicht anfangen damit. Das ist doch so ein Fluggie. Ist noch ein Höllenhund. Ich pull ihn mal. Ist gepullt. Kommt. Da muss ich eine Trap-O setzen. Ja. Oh Gott. Okay, die Bienen. Ja. Versuche ich. Die sind halt so beweglich. Ich treffe sie so schlecht. Ja. Die Bienen. Die Bienen. Die Bellen. Wie auch immer. Oh ne. Ich hab. Und in die Biene. Okay. Ich hab eine. Ne, hab ich nicht. Ja, ich hab's auch gehittet, oder? Ah, ne. Jetzt ist es down, down. In ist weg. Oh, gut gemacht. Alter, gut gemacht. Kämpft. Okay, ich seh jetzt keine Biene mehr. Na ey, Mage steht da dort, oder? Was ist das? Skelett, Achtung. Oh, Vorsicht. Oder neben gehittet, Alter. Ist so bitter, ey. Gut gemacht, gut gemacht. Ist da oben, ne? Ist da oben der? Na, ist ein Mage. Treffer? Passt aber auf. Treffer? Gut. Ah, da hättest du so vielleicht sogar schon. Seh ich nicht mehr. Okay, viermal, fünfmal getroffen. Sechsmal getroffen. Ist down. Geil. Geile Nummer. Geile Nummer. Gut gesehen. Rechts ist auch noch ein Insekt. Ah, ne. Die waren noch ein Insekt. Skelett gespawnt, rot. Oh. Vorsicht, ich bin das der Dingsdust. Fliege kommt. Oh, ne. Hab sie? Ah, ne. Immer nur gehittet. Lab noch. Jetzt ist sie down. Oh, ne. Seid auf jeden Fall in der Zone. Oh, in lila. Ach, Quack. Cripple Gem Bangle. Aber nur zum Verkaufen. Ach so. Nice. Trotzdem nice. Nice. Ist da oben so eine Fliege, also eine Biene. Boah, ein Schiff. Es kommt immer getroffen. Aber Penis down. Ja. Geil. Skelett in der Mitte? Rot? So eine Flugviewe auch noch. Ja. Warum hast du Skelett? Sieht so gefährlich aus. Du bist drüber geschossen. Ja, ich hatte. Verwichtig. Geh wieder. Treff ich, ne? Vergessen. Ne. Ja, lass ich dann einfach zu euch kommen. Schieß so unterwegs. Oh, ein blauer Helm. Für dich. Nehme ich mit. Nehm ich mit. Nehm ich mit, ja. Oben ist eine Biene, pass auf. Ja, mal Bullen, genau. Und jetzt abziehen. Immer gehittet. Down. Oh, das macht richtig Spaß. Oh, irgendwas. Oh, ja, okay, nee. Nee, nee, nee. Nimm mit zum Verkauf. Ich nenne es nicht. Weil ich verwende es nicht und nehme so viel Platz weg. Dann kannst du ja trotzdem vielleicht mal für eine, um einen Speichern oder so. Achso, ne. Okay, ne. Ich verwende es halt einfach, ne, weil es einfach einen Schuss nur hat und ewig nachlädt. Scheiße. War das geblindert? Ja. Ja. Okay. Müssen wir jetzt hier rein? Das ist die Frage, ja. Oh ja, mach mal auf die Tür. Oh, oh, das ist ein Mage. Mage, 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 weg. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Immer gehittet. Da rein rennt, ey. Stark. Flug, Flug, Pil団 kommt. Flug, Pil団 kommt. Oh, Crystal Sword, na gut, Wizard. Danke dir, Alter. Ah, blaues Portal. Sehr gut. Echt? Unter dir noch. Soll ich mal reingehen? Machst du für dich jetzt? Ja. Boah, ich würde nicht verpissen, Alter. Ne, ne, warte noch mal. Mach's bloß noch, okay? Ja. Okay, er nickt. Hab da so viel Blut eigentlich. Nickt noch? Oh, ja, das... Warte, ich bleib, ich bleib bei dir, bis du drin bist. Bleib bei dir. Was auf, das ist noch ne Falle. Alter, geh ins Portal rein. Wenn du jetzt hier stirbst, geh ins Portal rein. Ne, dass dir jetzt noch ne Mimik kommt. Ich verpiss mich. Ich geh rein. Da hab ich nämlich die blaue Axt gesaved und den ganzen geilen Scheiß. Oh, super. Zweimal Hölle schon durchlebt. Easy. Das ist für mich eine starke Runde. Starke Runde schon wieder, ey. Das sind drei Personen gerade. Was für ein geiles Team, ey. Hast du denn deinen Pirk, oder? Weiß ich nicht mehr. Huch ich gleich mal rein. Das blaue Necklace gibt 14 Gold. Und jetzt gucken wir mal, dass das lila ne. Lila ne. Gibt 51. Uff. Holy Shit. Okay. Nice. So. Okay, das kann er nicht nehmen. Okay, das. Okay, ne doch nicht. Der? Nimmts nicht. Is not interested und nimmt's nicht. Naja. Witzig. Okay, also dieser, dieser Rüstungshaini, der nimmt Rüstungen und Waffen. Aber der Collector, der nimmt nicht Rüstungen und Waffen. Genau. Naja, eigentlich brauchst du den, genau. Hab ich's gecheckt. Genau, mal diesen Waffenspiel oder den Collector. Boah, das war ja super gut gerade, ja. Ich komm mal nicht weg. Ich brauch schon wieder hier Portmonnaies. Heil gefüllte Portmonnaies. Ein Kämpfer kostet aber 39. So, ne, da gibt's mir dann sowieso die Axt. Genau. Und ein Helm. Wann hab ich denn das verkauft? Ne. Hab ich denn das damit gemacht? Wann kein Perk im Namen. Ah ne, ich hab's hier reingepackt. Okay, nice. Gut, okay. Alter, es macht richtig Spaß, wenn man mal durchkommt. Krass, wie wir in so kurzer Zeit so viel gelernt haben über dieses Spiel. Schon nice. Super nice. Klasse. Super klasse. Unterdasse. Smash. Super. Oh, ich bin Level 15. Perk. Detect recent footsteps installation time decrease severity. Ne, ist Quatsch. Increased physical damage bonus von 5% wenn du crossbonnaies. Can hear enemy footsteps, ist auch Quatsch. Headshot Damage 15% oder? Ja, Headshot Damage eindeutig. Geil. Super, ne. 15% mehr. Mega stark. Ist echt gut. Also ich bist auch mit Multishot, ne? Ist das so gut? Ich hab Multishot, also diesen 5er Schuss. Dann diesen schnellen 3er Schuss ineinander. Headshot Damage, Movement Speed, schnelleres Schießen und 5% mehr Schaden. Skill-Direct fand ich das eh ne Ungeschlecht, dieses schneller Schießen. Das, äh, dieser Dreifachschuss. Das hat sich mit der Cooldown immer ganz gut ge... Den hab ich? Ne, das ist der Nebenklobe. Das Quickfire, genau. Also ich hab... True... Also es gibt True Shot? Hat den Multishot, wirst du? Aber... Achso, when attacking using a Bowtie Weapon increases Action Speed. Das hat eine gängere Abklingzeit, jetzt zu sagen, als dieser Multishot. Der Multishot hat ja relativ... Ja, ich hab einen Multishot? Ja, no. Und den Quickshot. Ach, mach wieder. Multishot ist ja gut. Also ich hab ja zwei. Einen Quickshot hab ich auch. Wo der so dreimal hintereinander ganz schnell schießt. Ist halt... Ist halt schon nur schlecht. Genau, das hat er ja gespart. Genau. Vor allen Dingen, der lädt er immer noch. Genau. Selbst wenn du nur noch ein Pfeil oder null Pfeile im Köcher hast, kannst du halt noch diesen Shot abgeben. Das ist schon nice. Ranger. Das Eintreten kostet schon 100, oder? In das vergangenen Castle. Alter, was? Ist ja krass. Aber eigentlich muss man mal Spaß machen. Mach mal... Mach mal auf jeden Fall. Noch. Ich hab' mehr Geld. Ja, aber gut. Gut, jetzt die Runden gespielt, ey. Otto, lieb mich. Du musst mich lieben, Otto. Ich muss dich schlagen, weil ich dich so liebe. Padding, Padding. Padding. Dittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Da werden die zwei Elite-Gegner gepulscht. Ok, pass auf! Hier! Das! Das! Hä? Geil! Oh! Oh! Bungie! Oh, Spinnen! Oh, nee! Spinnen! Drogen! Oh, nee! Oh, drei Headshots und es ist ein Skelett weg! Durch den neuen Perk! Geil! Ok, das ist ja mal mega ein Upgrade! Andere Gegner! Andere Gegner! Komm her! Du bist gerade allein? Du bist allein? Ja! Ok, bin da! Kann ich durchschießen? Boah, was? Ok, nice! Ich hab einmal gehittet, bin mir auch nicht sicher! Oh, der schießt durch! Ein Bowman! So, was soll ich noch? Ich helfe! Rogue geht vor! Rogue geht vor! Okay! Ich muss erst mal nachladen! Rogue geht im Stagger- äh, im Stealth-Modus vor! Das ist gut! Das sind tausend Mumien da! Haben wir dir zugemacht! Ja, lass uns mal die Mumien füllen! Ja, gut gemacht! Ja, die hauen ab! Die hauen ab! Ah, der Archer ist irgendwo! Archer, Archer! Archer! Archer? Oh ne, Falle! Du bist allein, du bist alleine! Oh ne, ne! Ich bin tot, ich bin tot! Ach komm! Bist du noch nicht tot? Jaaa! Jetzt bist du tot! Klar! Ok, da kommt! Boah, die Falle! Kann ich ja wiederholen! Scheiße! War mal ein Problem! Ist ja Rogue! Dumm! Ach, wir müssen die töten, ne? Sonst kommen wir nicht mehr an den Loot ran! Jaaa, das ist so! Scheiße! Die sind weggerannt, die sind weggerannt! Mann, die sind weggerannt! Oh! Oh! Ah, pass auf, der hat irgendwelche Fallen bestimmt noch... Oh! Gut, gut, gut! Super! Oh, geil! Super! Schattenklinge... Jawohl! Jawohl! Gewohl! Geil! 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 Ja! Oh, Alter! Ey, Hammer! Wo liegst denn du? Ich lag ja ein bisschen weit, genau. Oh, die haben dein Zeug mitgenommen, aber das liegt ja jetzt bei denen drin. Na, der Helm, der Helm, der Helm, der Helm. Ja gut. Obwohl der Helm ist jetzt auch nicht so. Naja, blau zumindest. Okay, ich glaube hier Schattenklinge hat die Dings mitgenommen. Aber die Axt wäre noch gut, genau. Ey, der Rogue ist ja finster, oder? Okay, ich habe deine Axt. Boah. Alter, ich habe übrigens viele Bandages. Aber du bist wieder da. Warte hier. Nimm das. Haben die aber auch gerade durch Heise gespielt. Hier, nimm einfach was, legt. Du bist wieder da. Achso. Ich habe es hier abgelegt. Guckst du in den Stream, wirst du? Oder? Oder? Ich gehe mal zu meiner Leiche. Ich habe noch Heal, falls du brauchst. Aber mal, ich gebe dir einfach mal das Zielzeug, wenn ich noch hab. Wollen wir mal eine Leiche? Auf der anderen Seite. Ich habe alles mitgenommen, Globo, oder? Ne, habe ich nicht. Achso, ne, ne, liegt auf der anderen Treppenseite, genau. Hier liegt ein roter Healtrang. Ich... Guck mal, meine Rüstung kriegt es eigentlich nicht. Boah, das war ja so gut, eh. Oh, ich habe eigentlich voller Healtrinkel, genau. Bandages. So. Ja, Feuer. Ups. Okay, passt. Also, ich habe es noch geschafft. Äh, ich gebe dir noch hier. Healtrang. Ja. Und warte hier. Äh, Bandages. Zwei Stück. Müsstest du wieder voll sein. Ja, danke. Leicht. Okay, jetzt müssen wir uns übes beeilen. Let's go, Freunde. Gucken wir, da sind noch Fallen gelegt haben. Wir müssen jetzt durch den krassen, großen Raum. Warum? Ist aber... Ah, ist auch ungelootet. Äh, Mimik? Ja. Ja. Gegner oder was? Scheiße. Könnte ein Gegner sein. Ja, Gegner. Boah, ne. Auch so krasse Typen. Ja. Hab ihn immer getroffen. Hab ihn immer getroffen. Komm mal zu. Ich hab noch Heal, falls du Heal brauchst. Ja, der Schocke geht hoch. Komm mit. Bin da. Von oben können wir die pumpsen, oder? Ja. Oh, ne. Ist aber um die weg. Die letzte ist genau. Nee. Habs. Das wird jetzt sauber. Hier still. Was sind denn hier? Die sind unter uns. Also unten nicht. Folge mal. So'n Pro-Gamer. Was hat der Ober-Pro-Gamer? Oh, ne. Okay. Hier. Hier sind. 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 Ich bin da. Ich hab sie bloß gedingst. Ich bin auf der rechten Seite quasi von euch. Gut. Mach' mir zu. Ah, die sind hier. Ja, okay. Sind uns. Wehe. Hey, ich komm' ich jetzt zu euch. Ich bin da. Ah, hier. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ja, okay. Der hat mich gehittet. Der war Archer. Oh. Oh, fuck. Hey, was? Da steht dir oben. 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 Oh, ist das dumm, genau. Da könnte ich mich wieder aufhängen. Ah. Das sind zwei Teams. So ne Scheiße. Hm. Oh. Der hat mir auch nicht abgezogen. Hm. Hier ist ein Portal zum rausporten. Oh. Ey. Lass mal reingehen, oder? Scheiße. Wer ist denn, wer denn? Du. Geh du rein. Geh du rein. Geh du rein. Geh rein. Geh rein. Rein. Schnell. Gut. Das war eine super Lute. Ja. Hab's doch nicht verloren. Ja. Gutes Teamplay. Gutes Teamplay. Gutes Teamplay. Gutes Teamplay. Gutes Teamplay. Guck ich mir mal Schattenklinge an. Den hat er auch mittlerweile. Ah, mein Deutsch hat er angezogen. Ey, komm, bitte. Das sind jetzt Portale, ey, scheiße. Seid ihr wieder in diesem scheiß Gebiet hier? Mhm. Ducken, 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 ducken. Ey, hier geht's nicht weiter, auch hier. Oh, ne, ne, die spinnen. Boah, geil. Irgendwas hat die Spinne gekillt. Ach, ne, doch nicht. Ja, treffen zusammen, ja. Okay, wir müssen irgendwie bei dir weiter. Hinter dir, hinter dir. Hier ist ein Höllenportal. Komm, wir machen einfach die Hölle wieder. Ach, du, 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 du. Oder? Oh, je. Bist du reingegangen? Ach, ne. Ja. Da ist ein Drohner, oder? Ey, lass reingehen. Komm, lass reingehen, Alter. Im Blau ist es der Drohner. Okay. Ey, komm, lass doch reingehen. Oh, ne, ey. Ey, jetzt ein Blau ist noch. Ja, das ist der Drohner. Sind zwei Blaue. Sind zwei Blaue. Bei dem? Ja, komm, lass mal. Intimen ja besser, oder? Ja, warte, ich komm zu ihm. Okay, ich geh ins Blaue rein, okay? Ja. Geh hier rein. Schattenklinge ist raus. Oh, ist drin. Ich geh rein. Genau. Ich geh mich noch mal im Kreis. Oh, episch, Alter. Oh, wieder, ey, komplett Victory. Das sind, das sind die eigentlich für Gewinner. Das sind die übelst krassen Pro-Gamer. Alter. Was kann uns überhaupt noch besiegen? Deswegen müssen wir die nächste Stufe spielen. Sein Gold, jawoll. Viel zu gut, ey. Okay, nice. Oh, supergut, ey. Nächste höhere Stufe, ja? Okay. Okay, habe ich jetzt gekauft gerade. Na, wie ist denn das? Ja, wie? Muss ich das noch eh noch machen? Muss man das alle machen? Das ist doch verrückt, ey. Also ich habe es jetzt einfach gemacht. Wiss ich nicht, ich weiß nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Ah, Kauf mal Healstuff, okay? Ja, genau. Ich fuck off all Healstuff. Okay, Healstuff. Mein kompletten Healstuff erst verbraucht. Ich kaufe jetzt alles vor der Heal. Okay. Okay, ey, ich habe jetzt neun Bandagen. Das muss reichen. Und neun billigen Heal, so wie ich. Na, ich habe die Teuerung gekauft. Also alles. Bis auf die. Okay, ich kaufe alles. Ich kaufe alles. Ich kaufe alles, habe alles gekauft. Okay, wie viele von denen kann man kaufen? Alle, ich habe alle. Ich habe jetzt 38.000. 38.000 habe ich. Pack die Hälfte in die Drohe. Hey, wieso denn das? Okay, jetzt habe ich neun. So. Ich habe neun Healingsscroles. Ich habe auch genügend. Also ich habe auch... Oh, neun Healingsscroles. Kann man noch mal mehr kaufen? Irgendwie was cooles. Alter, vergottene, vergottene Kessel. Hey, wie sind wir rippen? Das verstehe ich, ne? Jetzt hast du für uns... Ah, ne, okay. Jetzt fragt er mich, ob ich 100 Gold bezahlen muss. Warte mal, jetzt habe ich hier... Healingsscroles. Ja, noch gekauft. Oh, Gott. Okay, ich habe es... Looking for a game. Oh, mein Gott. Oh, ne. Oh, mein Gott. Die Lobby ist voll. Hey, das sind ja nur... Alter, das ist ein Oberpro-Gamer. Das sind so epische Flieger, ja. Na ja. Ey, die haben aber nix. Der Ine hat nix. Der hat gar nix. Der hat da lieber Bogen, ja. Das ist ein Epic-Bogen. Okay, die sind... Also, die, die ich angeklickt habe, das zweite, das waren Noobs. Gut. Das habe ich sofort erkannt. Da hat er den Bogen links ausgerüstet. Was für ein Noob. Jeder weiß, dass man den Bogen rechts hält. Ja, unglaublich. Joten. Alter, das wird ein geiler Stream hier. Drei Zuschauer im Durchschnitt, sage ich dir. Die Hälfte in die Drohle. Okay, let's go. Also, ich kenne mich ja noch aus. Kiste. Ja, könnte man schon mal looten. Diamant. Mütze. Oh, Arming Sword. Ist das für mich? 30? Campfire Kit. Grünes Campfire Kit. Alter. Okay, kommen Schüsse. Irgendwelche krassen Typen. Ist das Fire. Ist das Mage. Genau. Oh, in lila Diamant. Blaue Boots. Blaue Boots. Diesen Mage. Der Mage schießt schon rum? Oder was? Ja, der hat ja gerade Feuerball auf jeden Fall gekoßen. Aber war das jetzt ein Creep? Oder? Entschuldigung. Achso, bei uns. Ey, warum brennt denn hier alles so lange? Soll ich mal rausgehen? Stimmt, da oben jemanden. Ich mach das mal zu. Lass mal durchatmen. Oh. Okay, komm mal auf. Okay, let's go. Und Schütze. Okay, gut. Was? Was schießt ihr auf mich? Achso, wir haben nur Schütze. Schnell, erst die Heel muss droppen. Ja, komm. Okay, der Loot passt. Ruh, Loot. Hier sind wir in der Zone, Freunde. Das könnte unsere Runde werden. Okay, das ist halt der normale Dungeon. Bloß halt mit krassen Gegnern. Wo ist Schattenklinge? Okay, wir müssen zusammenbleiben. Schattenklinge. Schattenklinge? Du bist ein geiler Typ, aber... Alter, was? Du deckerst die alle weg? Was ist los mit dir? Lass mal arbeiten. Alter, wie der alle wächst? Ey, was hast du für eine Waffel? Ich hab denen den super durchgegeben. Super durch? Ich merke das schon. Es ist ja super duper durch. Komplett übertriebener durch. Hey, mit Treppe. Kannst du mir helfen? Ich hab mir so ein Skelett. Ja, ich versuch. Wir haben jetzt gerade so eine Riesentruhe gefunden. Achso. Okay, aber nichts Gutes. Komm, komm, komm. Boah, ich krieg's nennen. Scheiß Schild. Scheiß Schild. Alles gut, wir haben ganz viel Heal. Guck mal, wie der den Stagger hat von hinten in den Hals rein. Leif. Heil dich, alter. Oh, ne Hütze, ne Mütze für mich. Mütze. Oh, hast du irgendwas für mich? Meilen? Ne. Der hat die Kisten gelootet. Ah ja. Ah. Verstehe, verstehe. Die Sprache. Mach mal kurz die auf. Ach, ne Mache, dazu ist irgendwie kackeig. So komisch rund rum. Also eine Rolle, die Rolle ist viel wert. Muss ich nehmen. Aber wir brauchen jetzt nen epischen Loot. Gelang, ne? Okay, wir könnten theoretisch ruhig stehen bleiben. Ich meine, wir sind ja eh safe. Jawohl, scheiß. Skeletz, Skeletz, Skeletz. Aber normal ist. Ja. Warte, ich mach kurz hinten n Dings weg. Ach, das genau. Oh. Ah, was auf. Machen wir ihn hinter dir, hinter dir. Heil dich. Heil dich erstmal hoch. Bevor wir jetzt gegen den Gegner kommen. Okay, rote Skelett. Stark. Super gut. Ich mach mal lieber die Türe hier zu, ne? Wart ihr schon mehr? Ich setz hier mal der Falle hin. Direkt hier hinter die Tür. Longbow mit A39 Schaden. Äh, ne. Ich setz hier auch mal der Falle hin. Verschritte. Oh, Skelett kommt. Rote Skelett, hinter dir. Also hinter uns. Ich denke, du bist der bei mir, oder? Nee. Ey, wo bist du denn? Doch. Ist der bei mir. Der Seite. Rogue ist dein Tod. Hält dich mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir haben genügend Heilung noch da. Ja, sag Bescheid, wenn du hier brauchst. Sag es. Sag und einfach. Einfach dreimal springen. Genau. Okay, und ein Geheimgang hat sich geöffnet. Meine ich. Ey, ist so verwinkelt. Die können überall Gegner sein. Also zum Kotze sind Gegner, oder? So, ja, schade. Von der Seite. Ja, gar nicht, ja. Dunkel. Wir sind ja eigentlich ganz gut. Wir können ja eigentlich über hierbleiben. Und in den Kreis. Also Richtung Zone weitergehen. Gegner. Also hier. Oh. Fireball, alter. Scheiße, wund. Ist schon. Nee, äh, Skelett. Haben schon. Tot, tot, ne? Lockpick. Warte mal. Können wir das Teilen aus? Longbow. Na ja. Ist alles Quatsch. Das ist Campfire. Campfire nämlich. Oh, Arming Sword. Wollen wir es auch für dich. Ich glaube, das Deckard macht auch gerade noch mal alles raus, Jun. Campfire liegt auch in der Nähe. Hier, das Binnen. Okay, nehme ich. Danke. Oh. Das ist gut. Guck mal, das ist für mich. Boah, ist eben stark, alter, krass. Okay, danke. Stark. Hast du den getötet? Ja, nice. Nee, nee, eher. Nein, nebenbei. Shutting King. Oh, hier. Hast du denn über den Bus? Hier. Boah, es geht mir bitte so schnell. Scheiße. Oh. Oh. Die Falle, die Fallen. Rogue ist gleich tot. Scheiße. Der Geist ist aber auch mies. Irgendein Geheimraum wurde aktiviert. Hinter uns sind Gegner. Nee, oder? Wollt ihr das? Ihr wollt das. Oh, nee. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, was ist? Warum? Warum denn? Oh, der hat mich gesloat irgendwie. Oh, der hat mich irgendwie gesloat. Oh, was ist denn das für ein krasser Gegner, ey? Shit. Scheiße. Oh Gott. Oh, nee. Ja, ihr habt einen. Ey, könnt ihr mal eine Leiche wiederholen? Oh, ich habe so einen guten Loot gehabt, ey. Irgendwie mal, also nur das gute Zeug rausholen. Scheiße, ey. Oh, nee. Ja, dort oben liege ich. Vielleicht könnt ihr mich sogar wiederbeleben. Ich hatte echt gutes Zeug drin. Blau und so. Ja, Manu, du musst nochmal das Zeug looten, weil der Rogue hat alles mitgenommen oder gar nicht mitgenommen. Also meine Seele hat er mitgenommen, aber nimm meinen Loot. Ich versuche es. Also Bogen und so, Rüstung. Musst du wahrscheinlich deine Scrolls rausschmeißen. Dein Bogen nehmen wir auf jeden Fall. Ich glaube, eine Rüstung war auch blau. Ich habe einen Ring. Einen ziemlich krassen Ring. Ah, den hast du schon. Nein, den Ring habe ich. Guck mal, ob ich noch irgendwas so... Healing-Zeug nimmst du mit einfach? Boah, das lässt sich so zu sehen, ja. Lager vorher brauchst du nur unbedingt. Ja gut, das ist das Wichtigste, ich glaube. Das ist jetzt so tragisch. Okay. Hatte ich keine gute Rüstung oder einen guten Helm? Nee, Helm hatte ich keinen guten. Ich glaube, meine Rüstung war noch ziemlich stark. Der hat er 45 oder so. Ich habe hier Lila Hosen. Ja, genau, die Rüstung war gut. Super. Wir hatten ja Lila Hosen, bei dem Duty getroppt hier bist. Okay, bis in der letzten Zone musst du jetzt bloß noch dich safen. Ja gut, ist weg. Mit unten ist ein blaues Portal. Alter, gut. Gut. Musst dich auch noch heilen ein bisschen, oder? Geh ins Portal. Ja, geh ins Portal rein. Geh gleich in die Portale rein. Schnell rein. Oh, Gott sei Dank, Alter. So sicher. Das war so wichtig. Nein! Was war das jetzt nochmal? War das jetzt ein Gegner, oder was? Na, ich glaube ja noch. Alter, wie knapp das jetzt nochmal war. Krass. Aber hat sich das jetzt gelohnt für 100 Gold? Was ist so komisch? Nee, eigentlich bis gut den Elila Luta bei dem Ehrener war. Fand ich jetzt nicht so bombastisch. Boah, jetzt ist das so geil. Das stimmt. Ich muss das mal wieder reinholen. Ja klar, es droppt schon mehr grünes und blaues. Aber haben Sie überlebt? Beim First Try? Schon stark. 146 Gold. Naja. Geil. Also wenn ich mal Maid spiele, habe ich mittlerweile ein komplettes Equipment für den. Geil. Und blau. Ja, nice. Und da pick habe ich ihn nochmal auf. Dann nehmen wir das mit. Auf Campfire. Dann zeigen. Was habe ich denn für den Score? Kann man es irgendwo sehen? Score. Wo sehe ich denn meinen Score? Aber wahnsinnig, ey. Übelst, gell. Aber da, eigentlich wirklich. Ach, Schauke ist schon, gell. Score, was ist hier ein Score? Äh, für die Rangliste, da gibt es so eine Rangliste. Achso, ja. Aber ich sehe meinen leider nicht. Achso, ich, weil meine Zahl ist so ein Strich bloß, deshalb sehe ich es nicht. Normalerweise würde ich es sehen. Und da ist 46, habe ich, oder was? Nee. Achso, da gibt es mal. Achso, Unterschiede, ja. Mann, ich kann das leider nicht lesen. Ich kann die Schrifte auch nicht lesen. Language. Number of Escapes, also hintereinander, oder was? War das irgendwie was mit? Dann zeig mal her, wie sieht das bitte aus? Äh, warte. So, ja, wie so zwei Minusse. Äh. Vielleicht liegt das am Streaming-Modus? Dann machen wir den Streaming-Modus aus. Äh, immer noch. Ah, jetzt sehe ich Svenja hier. Ah, jetzt zeigt es meinen Namen an. Ah. Das ist ja cool, das verdeckt quasi den Namen, um es zu verstecken. Aber kann ich jetzt hier was eingeben? Ah, okay, jetzt sehe ich es. Ja, jetzt sehe ich es. Okay, okay, jetzt sehe ich es. Jetzt liegt am Streaming-Modus, das ist sozusagen, wie ich schützt vor... Was auch immer. Hm. Eine Identität. Genau. Tja. Geil, ich kann euch Karma-Punkte schicken. Okay. Okay. Verstehe ich nicht, aber... Ah, ich kann immer vom letzten Match... Ah, euch ein Plus- oder Minus geben, was bringt das? Die Karma-Game... Kann schon, die Karma-Gaming-Price. Ich bin unreported Team-Mate von sechs Matches. Okay. Okay, keine Ahnung. Das bringt wahrscheinlich viel, oder? Ich habe einfach meinen Daumen... Forget'n, Kerl. Okay, let's go. Damn. Ah, schon teuer, noch 100 Gold da noch mal. Ja, habe ich jetzt meine ausgegeben. Ah, darf ja gut, dann kommst du wieder... Na gut, wieder ein gutes Loot. Ah, der Geist war übelst total. Ja, voll unterschätzt. Der hat mich geslothed, dadurch konnte ich nicht mehr wegrennen. Ja, wie im Solo-Player-Modus diese komischen Fliegen antworten. Okay. Wer hat denn den Loot? Geil, ja... Ja, oh wie geil. Dankeschön. Oh, mein Ring. Danke, dass du bist lieb. Ach so, warte mal. Dann ist es mal das Campfire, oder? Oh ja, Campfire. Ach so, wollen wir ja kämpfen hier? Ein Campfire. Wegen, also Campen. Campen. Campenfire. Okay, scheiße, den Klinger hat hier einen super, super Digger. Boah, zwei Schuss. Jo? Wo? Da jemand? Wee! Oh. Oh. Wohl schlecht gespielt. Lala, 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 wiii. Ich hab' keine Wackeln mehr. So, der baut hier ab. Der baut das Erz ab. Er baut das Erz ab. Na, ist okay. Kann man machen. Alles, was du für arbeitest, mit diesem Erz abkommeln? Nee. Ich kann mich nur daran erinnern, was du schonmal gemacht hast. Was du schonmal gemacht hast. Ach so, dass du das in das Glecht hätte gepultet. Ach so, der kommt da langsam, also beziehungsweise, die kommt jetzt nicht langsam, sondern wenn sie dann kommt, dann sind wir raus. Nee, Schattenklinge, Schattenklinge. Ja, der holt das doch, oder? Wie easy der das einfach holt. Okay, ist massiver Damage. Massive Damage. Naja. Boah, ne Ampustier, auf alle zwei. Ich hab Lust ane, ey. Ja, wir sind irgendwie weg hier, auf jeden Fall. Da komm, ey, was. Mach schon mal die Türen hier auf. Spinne. Da ist es so, wie ich bin. Über euch. Okay, rote Skelett bei mir. Oh, nö. Okay, ich bin down. Shit, ich komm nicht mehr raus. Oh, nee, nee. Okay, ich find halt, okay, sorry, hast verkackt. Ja. Äh, Mist. Nee. Okay. Oh, krass, okay. Schattenklinge holt wieder ein Loot. Okay, du bist auch gestorben. Hä? Ich, ey, ohne Witz, ich hab keinen Weg gefunden, hier rauszukommen. Ich musste überhaupt nur, wo ich lang muss. Okay, das war jetzt ganz dumm. Du musst die Treppe hoch und dann weg. Okay, das war jetzt richtig dumm. Ups, ups. Oh, voll gefehlt. Okay, Schattenklinge, du... Hä, bewegst du dich? Ah ja, okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Sag, du bist der Tod. Heldig. Hä, du hast so viel gemeint, ey. Krass. Das wird jetzt richtig knapp. Na gut, als Schauke kannst du wahrscheinlich übel schnell abbauen. Ja, genau, gut gemacht. Gut gemacht. Ja, du musst jetzt die Treppe hoch und dann weg. Ja, doch, die Treppe, genau. Ah, das wird knapp. Ein episches, ein episches Rapier hat er auch. Nein, das ist... Geil. Er hat auch einen epischen Helm. Mit zu wenig. Uh, ne Elm. Boah, übelst gutes Zeug. Ey, das ist gut. Schöner Ring, schönes Amulett. 1A. Ein Halt ran genommen. Stark. Die Bögen hat er für dich mitgenommen. Alles 1A, wirklich. Kann mich nicht besperren. Finde ich gut, dass du meine Rüstung klanggezogen hast. Gut gemacht. An der Hähneringe ist er besser, ja. Mit 2 Beweglichkeit, oder? Andi, ist er deine? Achso, ist er dein Ring? Ja. Ist er deine Seele? Achso, der hat sich glutet. Ein Ring zu knechten. Oh, müssen ein Gegner. Links, die sitzt am Lagerfeuer. Vorsicht, ja. Oh Gott, verpiss dich. Oh je. Gut gemacht. Oh mein Gott. Oh, die wollen nicht, die wollen nicht. Da war der Shrine of Resurrection Club nichts. Hä? Scheiße. Da kommt nicht. Ah ne, ist das Gelöte. Ne, ist der Gegner. Ne, ist der Gegner. Nein. Das hat nur die krasse, krasse Skin. Scheiße. Ja. Alter, down. Hey, du bist halt einfach die Maschine. Ey, der hat bestimmt ein krasses Zeug. Muss raus aus der Zone, ey. Es wirds gleich dunkel bei ihm. Ist ja schon überall die Motten rumfliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ruhtet noch ein Esskalt. Das hat meine Seele. Noch deine Seele. Das Wichtigste. Die Svenni-Lion. Ah ne, Svenja-Mien-Seele. Oh ne. Also ewiger Mann, ja. Er ist gar nicht mehr an, ne. Die Zone ist einfach ne ewig weit weg. Gibt's jetzt irgendwie noch ne Zone hier? Okay, also kannst du dir echt süß krass entgegenheilen, ja ne. Das ist eine Showbox-Fähigkeit, das du mehr hast. Man hat das Gefühl, er hat halt hier irgendwie so einen Aim-Bot. Weil er so krass einfach trifft und hittet. Also ich weiß, dass er keinen Aim-Bot hat, aber so krass wie er trifft. Aber ich glaube, das ist einfach ... Es liegt einfach öhm. Überhaupt und Hild. Von wie bist du drauf? Überhaupt. Überhaupt und alles. Oh nee. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Sehr brauche ich nicht. Leute, geh einfach in den Portal rein. Sobald eins kommt. Geh einfach rein. Ist das eins? Bitte sag mir, das ist eins. Ne ist auch was. Nein, nein, bitte nicht. Das war's, das war's. Oh, das ist doch frech. Nein! Oh. Oh, unser ganzer Loot. Nein, unser ganzer Loot. Und der freut sich des Lebens. Oh, und der hat jetzt das ganze epische Zeug. Ja. Das ist eigentlich der perfekte Moment, um aufzuhören, oder? Da können wir nämlich nächstes Mal... Ja, stimmt, das können wir jetzt... Da können wir jetzt das nächste Mal von 0 an starten. Das ist doch eigentlich cool. Also einen besseren Start fürs nächste Mal gibt's doch gar nicht, als direkt wieder mit 0 anzufangen. Da haben wir ja nichts zu verlieren. Hey, du. Das war doch nice. Das war übelst geil. Haben alles probiert. Sind durch die Hölle gekommen mehrmals. Sind hier in diesen übelst krassen Dungeon gekommen. Hey, Roller. Ey, wir haben doch alles erreicht, was wir erreichen wollten. Übelst geil. Ich find's nice. Äh... Ich wollte kein heldenhafter Tod, aber das ist halt so. No. Oder nice. Keine Ahnung mehr. Ich hab gerade gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Den Raum am Anfang? Ich glaub, wir hätten den Raum einfach verlassen sollen. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, worum es geht. Aber ich weiß gar nicht mehr, was da passiert wird. Ist da passiert? Welcher erste Raum war das denn? Ja, die ist ja mit dem blöden Brunen versteckt dort. Ach so, ja. Weil wir da schon mal verreckt sind dadurch. Naja. Ey, alles gut. Ich find's nice. Danke auch fürs Zocken. Oh, schönen Abend noch. Ja. Ich mach erstmal hier einen Cut. Haut's rein. Ciao, ciao.